da haben wir noch da haben wir noch mal das gucken was wir damit machen können hier muscheln können wir gleich mal noch auspacken so was hat man mal ein seestern ich taufe in petrieger blutungen zu stoppen ok also kann man drin lassen feuersteine da benutzen so können wir denn hier zufällig geht natürlich nicht soll sich aufheben das was benutzen können wir werfen toll mit besonders starker wirkung heilkraut ok packen wir die muscheln mal aus schwein was soll man mit schleim eigentlich anfangen können ja dringend ekelhafter klebriger schleifen sehr hilfreich blutroten blättern müssen wir mal gucken irgendwie neue rezepte dann eintopf oder irgendwas ich keine ahnung irgendwas müssen wir da ja machen können nicht so das noch weg das noch weg so nein verdammt schon mal eine machete nicht dabei warum liegt ihr da drin ach nicht ich hab sie doch dabei ist mich verarschen kann doch nicht wahr sein fdn ach habe ich dir jetzt versehentlich umgelegt oder was ach so komm nein renn nicht weg nein bleib doch da äffchen Affenjagen ist eine kunst für sich hier ganz ehrlich so gebürt schön fleisch in der kiste ach so das war die kiwi zucht fleisch rast kommt rüber 36 schwirma kann man kann man auch von knusen wenn ich das mal früher gewusst hätte so ich muss mal gucken noch mal googeln ob es irgendwo ein rezept gibt um sich eine angel zu bauen muss doch gehen kann ja nicht wahr sein fantastisch juhu ich grab mal richtung strand vielleicht bringt das was vielleicht können wir haben wir den lehrer chance hier sagt mir ja fischer oder was auszugraben theoretisch geht es zwar nicht aber wer weiß vielleicht funktioniert ganz viele pilze davon sehr gut wenn ich retten alle mobsen gehen obwohl es wieder da ich das ganze zeit übersehen wir haben wieder wolle da wie instant geil ist das denn bitte na sehr schön keine blätter wolle jetzt mich verarschen ach das kack ding war nebendran ok so die werde ich jetzt aber nicht ganz aber einfach um ein risiko zu entgehen dass sie gleich wieder weg sind aber ein gift pflanzen glühwürmchen waren die das sind die schnecken wo ich gesehen habe ach so schade schon gefreut hier guck mal hier hier was das hat geklappt vielleicht können wir später dann eben noch pilz super oder so eine suppe mit würmern und allerlei gettieren machen müssen wir mal gucken juhu allerdings müssen wir erstmal unser weiteres überleben sichern und jetzt kann ich auch mal probieren mit der wolle ob wir da äh eine angel basteln können köder hätten wir jetzt genügen durchs graben kann ich ja noch ein paar rausschaufeln wir haben einfach mal bessere chancen hier ein bisschen besser zu überleben fantastisch skill verbessert so graben 100 auch bitterwurzel kannst du nun ausgraben jetzt die frage sehr gut für was ist bitterwurzel gut das weiß ich nicht drei stück gleich juhu müssen wir mal austesten für was das gut ist ich habe keine ahnung wir müssen aber gleich mal pennen gehen so können wir einen mitnehmen noch wunderbar nehmen wir mit was wir haben nein du sollst nicht weiter schaufeln hör auf so jetzt gehen wir erstmal gucken gehen wir nochmal eine runde pennen und jetzt haben wir ja wieder ein bisschen wolle dann können wir jetzt endlich mal gucken gehen dass man eine angel bauen kann und auch die falle fertig bauen vielleicht läuft ja über nacht irgendein tier dann rein das was irgendwie dann random ist weißt du wenn du eine falle hast dass dann gleich einer rein rein oder keine ahnung müssen wir einfach mal austesten weiß ich alles nicht so 26 wolle na instant wunderhübsch so sortieren wir doch gleich mal alles schön ein hier baumstämme panzer steine aber das gute müssen wir jetzt gar nicht mehr so viel weg kloppen jetzt wir haben schön insekten teile dass ich mal auf tasche bitterwurzel weg so wir werden erstmal pennen und dann werden wir morgen gleich wieder frühstücken müssen so so ist noch hellester tag wenn du musst pufen gehen aber das steigen natürlich an klar so nächster tag wunderbar so und schon müssen wir wieder futtern gehen so fleisch aber dann fällt es man da auch gleich wieder plätze die gleiche damit krabbeln da wir im moment noch so immense nahrungsprobleme haben nämlich dass man alles mit was wir hier kriegen dauer das vielleicht weiß noch vielleicht einfach mal länger bis es wieder spaß kann natürlich auch sein das vielleicht wieder da ist sieht aber nicht so aus war nämlich hier okay gut gut aber durch die schauflerei wissen wir jetzt kriegen wir ein bisschen mehr zusammen dann wird das jetzt nicht ist es jetzt nicht mehr ganz so akut mit nahrungsproblemen und ich gucke jetzt mal wir jetzt endlich mal werkzeuge hier bauen können weil er ein giftpilz also soll das gibt als ich habe hunger dachte eben hier so dachte ich gleich greife ich jetzt machen wir mal kicken gehen war so eisenstange wolle normales mit es gucken wir mal das geht sowieso so klappt das geht nicht kann ich da jetzt das rolle draus machen das geht nicht und ich noch schnürer draus machen wir waren das so klappt das nie ach so so war das geld ja genau schnur spinnen okay so jetzt ich will eine angel verdammte hacke hier kann ich wahr sein so das geht nicht ich will ich auch nicht wie kann man hier eine angel bauen das gibt es überhaupt nicht muss doch gehen auch ein schienen steinschleuder nicht völlig überfordert gerade keine ahnung ich mach das mal ganz kurz ganz einfach gibt mir mal gerade ein kleines sekündchen ich google gerade mal schon auf dem zwei drei schnaubigsten rezept für finde kleine sekunde so gucken wir mal ob wir da was finden muss ja immer drin stehen wenn wir eine angel machen kann es gibt ja gar nicht itemkombinationen okay so ach guck mal hier gibt es eine komplette wiki aha okay ich habe doch eine gefunden na guck mal an und schreien okay so haben wir alle schnürre versponnen okay so jetzt gucken wir mal an biegbarer ast ah ok ein biegbaren ast wie kriegen wir den munition sonstiges biegbarer ast ast plus wasser aha es haben wir dabei das heißt ast so klappt das nie ich brauche feuer oder süßwasser das ist doch süßwasser ne ja das ist ja salzwasser im meer wo brauchen wir das in flaschen warte mal so aha so big bar hast du nur ne es hat geklappt ich werde bekloppt da kann ja nicht wahr sein muss auch erstmal drauf kommen dass wir die erste noch biegbar machen muss hier nein so wahnsinn noch mal schnell ein flaschen wasser machen machen wir uns nämlich gleich noch ein bogen ja wobei bogen brauchen wir eigentlich nicht wirklich zumindest momentan nicht so flaschen wasser noch auspressen die gifflache kann man auch gleich noch auspressen was soll man das gut sein soll ich habe keine ahnung wir machen es halt mal so ja sehr schön das weg das weg blätter ach warte mal dann kann ich die falle gleich noch fertig bauen dann wollen wir nur noch drei so holz kommt rüber das alles nahrung so wasser packe ich auch mal rüber das könnte ich auch drüben in eine andere kiste so holz noch da zack so da können wir endlich mal angehen jetzt wird doch mal zeit ach okay da brauchen wir ja auch noch ne hier nehmen wir mal das mit dann haben wir das mit wir haben ja jetzt mittlerweile reichlich dabei die Bären lasse ich mal hier so ok wir haben das ganze jetzt verteilt hier mal neu umstellen 1 1 2 3 4 so wir können wir gar nicht umlegen ok so ist sehr schön jetzt haben wir das ganze mal auf tasten gelegt hier kurz was zu füllen ja ja hört doch auf hier ist doch gar nichts zum angeln ja ach nee kann sie nicht angeln heißt doch so dann wollen wir mal gucken gehen jetzt bin ich mal gespannt ob wir was zusammen angeln können jetzt bin ich mal gespannt so gucken wir mal ein fisch gefunden wer sagt's denn kann im sushi style gebraten auch gegessen werden das geht nicht doch hier kann man als köder benutzen steigt mal eine chance auf einen dicken fang und wie und wie hm ja wie kann ich den benutzen zum angeln wird automatisch beim angeln als köder benutzt ok hier hier